Neu bei Pearl TV heißt es jetzt und da haben wir etwas so unglaubliches für Sie. Sie werden davorstehen und sagen, was, wie funktioniert das? Ist es möglich? Nein, es ist nicht möglich. Es ist ein Trick. Es ist ein Zaubertrick. Wie kann das sein? Schauen Sie selber und raten Sie mit, wie es funktioniert. Es ist wirklich, man traut seinen Augen nicht, aber es ist neu und es kann auch zu Ihnen nach Hause kommen und dann können Sie selber mal mitraten, wie es geht und wie es funktioniert. Schauen Sie mal, haben Sie sowas schon mal gesehen? Es ist wirklich einmalig, oder? Das spricht mein Gadget-Herz natürlich total an. Zum einen, weil ich Technik liebe, zum anderen, weil ich Wissenschaft liebe und das ist für mich so ein bisschen wie das siebte Weltwunder. Also der freischwebende Globus und man fragt sich, wie ist sowas möglich? Und ich glaube, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist klar, da muss ja irgendwo was sein. Gerade unten vielleicht da magnetisch, weil Magie gibt es doch nicht. Ja, natürlich, natürlich. Aber der Trick ist eben halt hier, der Magnet, der verbirgt sich eben in diesem Buch, dass jetzt nicht rein zufällig auch noch ein wissenschaftliches Buch über unser Universum zu sein scheint. Hier sehen wir es. Important theoretical problems. So, das sieht doch gleich mal wie ein echtes Buch aus. Da kommt doch kein Mensch drauf, dass das jetzt dazu gedient, Ihren Globus, der zudem auch noch von innen leuchtet, wenn Sie das möchten, das kann man ein- und ausschalten über dieses in Anführungszeichen Buch. Das finde ich das Sensationelle, dass man auf den ersten und selbst auf den zweiten Blick erst mal gar nicht drauf kommt und sagt, Moment mal, da stimmt doch was nicht. Und dann, wie gesagt, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man drauf. Aber dieser Verblüffungseffekt, das finde ich das Sensationell. Jetzt stellen Sie sich mal vor, das ist bei Ihnen auf Ihrem Schreibtisch oder bei Ihnen im Wohnzimmer, im Regal oder von mir aus auch auf dem Nachttisch, weil es ja so schön beleuchtet ist. Das ist doch ein absoluter Hingucker mit dieser Weltkugel hier, 14 Zentimeter im Schnitt der Globus im Durchmesser jetzt hier. Und der da frei schwebt und sich dreht. Und das ist ja auch so was, dass man den einmal anstupst und weil ja kein Reibungswiderstand da ist, weil er ja einfach frei in der Luft schwebt, dann wird diese Rotation natürlich auch, ja nicht ganz bis uns endliche, wir haben natürlich den Luftwiderstand, aber der ist vernachlässigbar, viele, viele Stunden. Also ich habe den hier ein paar Stunden vor der Sendung angestupst, weil ich mal neugierig war. Ja und wie Sie sehen, dreht sich mein Globus hier immer noch. Ich finde das eine Wucht und das ist deswegen für mich genau das Richtige und ich bin mir auch ganz, ganz sicher. Alle, die so ähnlich ticken wie ich, diese ganzen Nerds, die Technikfans, die Geeks da draußen, die sagen, ich brauche was Besonderes, ich stehe auf sowas, die werden das. Egal, ob sie das jetzt vielleicht zuschauen und sagen, kaufe ich mir selbst oder wenn man sowas geschenkt bekommt, das ist einfach, wie gesagt, das siebte Weltwunder für mich. Es ist genial. Es ist wirklich etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Ich habe es auch angeguckt, angefasst, immer wieder ausprobiert und gerade mit dem Buch darunter, es ist so faszinierend, weil man versteht es gar nicht, wie es überhaupt funktioniert. Es sieht ja auch aus, als ob der einfach über diesem Buch so hin und her schwebt, dann spannend, faszinierend, wenn Sie das bei sich zu Hause stehen haben. Jeder, der da reinkommt, der wird es auch nicht begreifen, weil es halt mit diesem Magnetfeld dann funktioniert, aber man begreift es wirklich am Anfang gar nicht. Man denkt, das ist irgendein Zaubertrick, der da besteht, als ob da irgendwie doppelter Boden, Faden von oben oder sonst irgendwie. Ganz, ganz toll. Im Dunkeln natürlich auch sehr, sehr schön, wenn man dann diese tolle Beleuchtung hat noch von dem Globus. Und hier jetzt für 75,91 Euro auch eine tolle Geschenkidee, die Sie hier bekommen. Also richtig, richtig toll. Unsere NX 76,62 und die 569. Ganz neu, gerade jetzt erst mal reingekommen hier bei uns aus dem brandneuen Katalog und kann jetzt innerhalb von zwei bis drei Tagen bei Ihnen zu Hause sein. Und auch das Buch, wenn Sie da noch vielleicht ein echtes Buch daneben legen oder sowas, das fühlt sich hier auch an wie ein echtes Buch, sieht ja auch total authentisch aus. Also das kann man von einem echten Buch gar nicht unterscheiden. Und dann hier, Sie sehen, das schwebt komplett frei. NX 76,62, 569. Das ist hier Ihre Bestellnummer. Sie haben jetzt den TV-Sonderpreis und dann kommt dieses Wunderwerk zu Ihnen da raus. Also ich bin da immer auch total verblüfft. Ja, es ist einfach genial. Also machen Sie das. Das ist wirklich ein Hingucker für sich selbst oder zum Verschenken. Sie werden ihn lieben, so wie wir hier alle auch. Wir wünschen schon mal viel Spaß damit.